Der Film beginnt mit der Wärme eines schönen Sommertages in Kroatien, als Beth die malerischen Straßen des Landes betritt. Sie ist hier, um ein Wochenende mit ihrer besten Freundin Kate zu verbringen. Zane, der freundliche Taxifahrer, verleiht Bets Ankunft eine lokale Note und führt fröhliche Gespräche während der Fahrt. Dankbar für die angenehme Reise nimmt Beth seines Karte an, als er sie an der Wohnung absetzt, die sie für das Wochenende ihr Zuhause nennen wird. Beth entdeckt bald, dass es Kate ist, die diese ganze Reise orchestriert hat und großzügig alle Ausgaben mit der Kreditkarte ihres Ex-Mannes Jay übernimmt. Als Geste der Dankbarkeit schenkt Beth Kate eine schwarze Halskette, verziert mit einigen locker hängenden Perlen. Während der Abend sich entfaltet, nimmt sich Beth einen Moment, um über Videochat mit ihrem Ehemann Rob und ihrem Kind Asta zu verbinden. Asta, auch Kates Enkelin, wird Teil ihres virtuellen Vorspiels für den Abend. Ihr Verlassen der Wohnung wird vom Vermieter Sebastian begrüßt, der sicherstellt, dass ihr Einzug reibungslos verläuft. Der Abend nimmt eine interessante Wendung, als sie das Restaurant erreichen, wo Kate absichtlich die teuersten Gerichte bestellt, um Jays Finanzen zu belasten. Das veranlasst Beth, über ihre Freundschaft mit Kate nachzudenken und ein Gefühl der Schuld zu empfinden, nicht während Kates Scheidung für sie da gewesen zu sein. Kate jedoch, die die Komplexitäten von Bets Leben versteht, erkundigt sich nach Bets Ehe. Beth ringt mit der Realität, dass ihre Ehe in einer schwierigen Phase ist, trotz ihres ursprünglichen Wunsches, ein rosiges Bild für Kate zu zeichnen. Sie ist unsicher über die Zukunft, hält aber Kates Vorschlag einer Scheidung für zu extrem. Der Abend nimmt eine unerwartete Wendung, als die Kreditkarte abgelehnt wird, was zu einem hitzigen Gespräch zwischen Kate und Jay am Telefon führt. Die Rechnung ist für Bets bescheidenen Geldbeutel zu hoch, aber Kate übernimmt großzügig die Ausgaben und festigt so die Bindungen ihrer dauerhaften Freundschaft. Anschließend geht die Gruppe in einen Club, wobei Beth Zane als Fahrer engagiert. Bei der Ankunft nimmt sich Kate einen Moment für ein Make-up-Update, was Beth die Gelegenheit gibt, mit Zane über ihre Erfahrungen als Ausländer zu sprechen. Zane, ein Einwanderer aus Syrien, und Beth, eine Amerikanerin, die in London lebt. Und sobald Kate bereit ist, übernimmt sie erneut großzügig die Ausgaben, obwohl Beth sich für Wasser entscheidet. Im Club fallen zwei Männer auf, die Kate dazu ermutigt, Beth dazu zu bringen, sich ihnen anzuschließen, und betont die Notwendigkeit, dass Beth ohne Wissen von Rob aus ihrer Routine ausbricht. Während sie sich unterhalten und mit den Männern trinken, gibt Beth allmählich dem Schwindel nach. Das Letzte, woran sie sich erinnert, ist, dass sie in der Wohnung ohne Erinnerung an die vergangene Nacht aufwacht. Übel und desorientiert entdeckt Beth Beweise für einen lebhaften Abend, halbleere Weinflaschen, benutzte Gläser, weggeworfene Kleidung, ausgepackten Schutz und einen immer noch funktionierenden Whirlpool. Ein zerbrochenes Glas und einige Bluttropfen unter einem Handtuch fügen eine beunruhigende Schicht zu der Szene hinzu. In ihrer Verzweiflung, Kate zu kontaktieren, erzählt Beth keine Ergebnisse, und ihre Bedenken vertiefen sich. Verzweifelt ruft sie Rob an und teilt ihm ihre Sorgen mit. Rob schlägt vor, dass Kate alleine unterwegs sein könnte, und fragt, ob es einen Streit zwischen ihnen gegeben hat. Trotz Kates Versicherung, dass es keinen gab, bleiben ihre Erinnerungen an die Nacht verschwommen. Auf der Suche nach Antworten wendet sich Beth an Sebastian, nur um festzustellen, dass auch er Kate nicht gesehen hat. Trotz Sebastians Erinnerung daran, dass Partys nicht erlaubt sind, informiert er Beth über eine zusätzliche Gebühr aufgrund der Anwesenheit von zwei Männern in der vorherigen Nacht. Beunruhigt durch diese Enthüllung erwägt Beth, die Polizei einzuschalten, aber Officer Pavic weist ihre Bedenken ab und zeigt eine verurteilende Haltung gegenüber Mädchen, die sich dem Feiern und übermäßigen Trinken hingeben. Selbst als Kovac, sein Vorgesetzter, versucht zu intervenieren, besteht Pavic darauf, die Angelegenheit unabhängig zu bearbeiten und beruft sich auf eine 24-stündige Wartezeit für die Erstellung eines Berichts. Entschlossen, Antworten zu finden, ergreift Beth die Initiative und kontaktiert Zane, der ihr hilft, sich an den Club zu erinnern, den sie besucht haben. Im Club gibt der Barkeeper zunächst vor, sich nicht zu erinnern, aber Zains bestimmte Worte auf Kroatisch zwingen ihn, die Wahrheit preiszugeben. Die beiden Männer, die die Mädchen freundlich aufgenommen haben, waren häufige Besucher von Escorts, die Touristen im Visier haben. Beth vermutet, dass Kate sie vielleicht engagiert hat, beeinflusst von Kates hartnäckigen Glauben, dass Beth aus ihrer Routine ausbrechen muss. Am Abend sucht Beth erneut nach Rob, äußert ihre Bedenken über Kates ungeklärte Abwesenheit. Rob, scheinbar unbeeindruckt, tut Kates Handlungen als typisches Verhalten ab und rät Beth, sich keine Sorgen zu machen. Beth ist jedoch überzeugt, dass etwas nicht stimmt, da Kate nicht auf Nachrichten reagiert hat. Entschlossen, das Rätsel zu lösen, informiert Beth ihren Ehemann über ihre Entscheidung, ihren geplanten Rückflug abzusagen, bis Kate wieder auftaucht. Am nächsten Morgen, mit den Namen, die der Barkeeper geliefert hat, recherchiert Beth in den sozialen Medien, um die Escorts zu finden. Unterstützung von Zain suchend, initiiert sie einen Plan, ein Treffen mit ihnen zu arrangieren, um die Geheimnisse jener schicksalhaften Nacht aufzudecken. Während sie in einem Café auf die Escorts wartet, erzählt Beth von ihren Verbindungen zu Kate und Rob. Zain teilt im Gegenzug die schmerzhafte Geschichte vom Verlust seiner Frau durch die Grausamkeiten des Krieges. Als die Escorts endlich auftauchen, verlassen sie fluchtartig das Lokal beim Anblick von Bettes Gesicht. Unermüdlich verfolgt Zain sie, erwischt einen von ihnen und erzwingt ein Geständnis. Die Escorts gestehen ihren kurzen Aufenthalt in der Wohnung, dass sie um drei Uhr morgens nach einem Moment der Ablenkung Kates Tasche gestohlen haben. Sie leugnen vehement, die Getränke der Mädchen manipuliert zu haben, betonen ihre Professionalität als bezahlte Personen, die solche Taktiken nicht nötig haben. Die gestohlene Tasche wurde verpfändet und der Mann gibt den Standort des Ladens preis. Beth holt die Tasche und das Telefon zurück, bleibt aber misstrauisch gegenüber möglicher Verabreichung von Drogen, da sie sich nur an den Konsum von Wasser erinnert und normalerweise nicht übermäßig betrunken wird. Trotz sein Skepsis sucht Beth nach einem Tag erneut die Polizei auf, versichert ihm jedoch, dass sie seinen Namen nicht preisgeben wird, um sein Visum zu schützen. Dieses Mal nimmt Kovac ihren Bericht ernst, rügt Pavic wegen Fahrlässigkeit und entlässt ihn, als er weiterhin Bettes Darstellung verurteilt. Obwohl Beth Details über das Telefon auslässt, übergibt sie die Tasche und enthüllt Kovac die Identität der Escorts. Besorgt über die Möglichkeit eines Übergriffs arrangiert Kovac nach Erhalt von Bettes Aussagetests im Krankenhaus, um die ganze Wahrheit aufzudecken. Nach den tumultartigen Ereignissen wendet sich Beth an Jay, der, genauso wie Rob, Kates Situation als bloßes Drama abtut. Jay leugnet jegliche Kommunikation mit Kate und verweist auf rechtliche Beschränkungen durch ihre jeweiligen Anwälte. Er behauptet, nichts von dem Problem mit der Kreditkarte zu wissen. Als Beth zur Wohnung zurückkehrt, findet sie Sebastian, der gerade ihre Sachen packt, da die Checkout-Zeit abgelaufen ist. Unwillig, das Land zu verlassen, nimmt Beth Sebastians Angebot eines preisgünstigen Zimmers unten an. Nachdem sie sich eingelebt hat, versucht Beth, Kates Telefon zu verwenden, aber es ist ohne Face-Idee nicht zugänglich. Sebastian lädt sie zum Abendessen ein, aber Beth lehnt ab und entscheidet sich stattdessen, Zane zu kontaktieren. Gerade als sie sich auf den Weg zu einem Restaurant machen wollen, überrascht Rob Beth mit einem kurzen Besuch, indem er von London einfliegt und Asta bei einer Babysitterin lässt. Zane zieht sich elegant zurück und eine angespannte Begegnung entfaltet sich, als ein eifersüchtiger Rob Beth dafür kritisiert, einem zufälligen Taxifahrer zu vertrauen. Überwältigt von Emotionen bricht Beth zusammen, was Rob dazu bringt, sich zu entschuldigen und sie zu trösten, während sie die Ereignisse schildert. Ihre Unterhaltung nimmt eine abrupte Wendung, als die Polizei verheerende Nachrichten überbringt. Kate wurde tot aufgefunden. Beth begleitet Rob zur Identifizierung des Körpers und erfährt, dass Kate ertrunken ist, wobei eine Autopsie ausstehend ist, um festzustellen, ob es sich um einen Unfall oder Mord handelt. Am nächsten Morgen ringt Rob mit Schuldgefühlen, weil er nicht netter zu Kate war und sie als nervig empfand. Nachdem er überlegt, seinen Aufenthalt zu verlängern, ermutigt Beth ihn jedoch, nach London zurückzukehren, um sich um ihre Tochter zu kümmern, während sie mit der sich entwickelnden Tragödie umgeht. Später holt Officer Pavic Beth ab und überbringt die düstere Nachricht, dass Kate ermordet wurde. Der Zustand von Kates Körper lässt Unsicherheit über mögliche Übergriffe aufgrund ihrer Interaktionen mit mehreren Männern vor ihrem Tod aufkommen. Beth bittet um einen letzten Moment mit Kate und nutzt die Gelegenheit, das Telefon ihrer Freundin mit deren verstorbenem Gesicht zu entsperren. Unter dem Vorwand, die Toilette benutzen zu müssen, taucht Beth in Kates Nachrichten ein und entdeckt eine schockierende Enthüllung. Eine Affäre zwischen Kate und ihrem Ehemann Rob. Pavic begleitet Beth zur Polizeistation, wo Kovac die Ergebnisse der Untersuchung offenbart. Spuren illegaler Substanzen werden im Blut von Beth und Kate gefunden. Escorts werden befragt, aber ihre Alibis halten stand, unterstützt von einem Taxifahrer, der angibt, sie an Bettes Wohnung abgeholt zu haben. Zeugen behaupten, Beth und Kate beim Streit im Club gesehen zu haben, was Beth vehement leugnet, wenn auch mit Unsicherheit. Als Verdacht gegen Beth aufkommt, nimmt Pavic ihren Pass und hinterlässt Sebastian seine Karte. Beth vertraut sich Jay an, der von der Affäre weiß, aber aufgrund von Bettes Schwangerschaft schweigt. Die Affäre begann erst kürzlich und Jay deutet auf eine frühere betrunkene Begegnung zwischen Rob und Kate hin, bevor Rob eine Beziehung mit Beth einging. In dem Versuch, sich abzulenken, teilt Beth bei einem Abendessen mit Zane eine Theorie. Kate könnte sie mit Drogen abgefüllt haben, um eine Affäre zu inszenieren, in der Hoffnung, dass Rob Beth verlassen würde. Ein angespanntes Gespräch mit Rob folgt, bei dem Beth ihre Kenntnis von der Affäre enthüllt und in einen hitzigen Streit übergeht, weil die Polizei sie als Mordverdächtige betrachtet. Am nächsten Tag findet sich Beth wegen Kates Mord verhaftet. Die Polizei präsentiert Fotos von ihrem Abendessen mit Zane und verbindet ihn mit einer Menschenhandelsbande. Beth, nun in einer prekären Situation, sucht rechtlichen Beistand. Zane klärt seine Verbindung zu einem Schmugglerring auf, der Flüchtlingen hilft, und betont, dass er nicht mit ihnen zusammenarbeitet. Beim Abschied von Zane erkennt Beth, dass die Polizei ihr Wissen über die Affäre möglicherweise von Pavic erhalten hat, der Informationen mit Sebastian geteilt hat und somit ein Netz aus Täuschung spinnt, das ihre Freiheit bedroht. Beths Entdeckung einer versteckten Kamera im Spiegel führt sie auf eine gefährliche Reise, um die Wahrheit aufzudecken. Entschlossen, die Geheimnisse rund um Kates Mord aufzudecken, stiehlt Beth geschickt Sebastians Schlüssel, nachdem sie ihn mit Smalltalk abgelenkt hat. Infiltrierend sein privates Studio, enthüllt sie ein Netzwerk von versteckten Kameras im gesamten Gebäude, das die Privatsphäre der Menschen selbst in intimen Räumen verletzt. Beth ruft die Aufzeichnung der Nacht des Mordes ab und enthüllt eine schockierende Abfolge von Ereignissen. Sie ist in der Bar ohnmächtig geworden, die Escorts haben sie ins Bett getragen, sind dann gegangen, um Zeit mit Kate zu verbringen. Nutzend, dass Beth abgelenkt war, stahlen sie ihre Tasche und verließen das Gebäude hastig. Kate, die den Diebstahl bemerkte, verließ und kehrte schließlich mit einem anderen Auto zurück, das einen seltsamen Aufkleber vorne hatte. Als Sebastian nach seinen Schlüsseln sucht, kommt es zu einer Konfrontation. Beth, misstrauisch gegenüber seinen Motiven, verursacht versehentlich, dass Sebastian bei einem Kampf seinen Kopf trifft. Die Situation ausnutzend, entkommt Beth mit seinen Schlüsseln und trifft sich mit Zane. Gemeinsam untersuchen sie das Taxi mit dem Kennzeichen, das Beth notiert hat, und stoßen auf eine Enthüllung über Kates Handlungen. Bei der Taxifirma erfahren sie, dass Kate den Escorts gefolgt ist und die Polizeistation besucht hat. Beth hinterfragt das Fehlen einer Reaktion der Polizei auf ihre Berichte, nur um herauszufinden, dass Pavic, ein Vizepolizist mit einer dunklen Vergangenheit, hinter der Verschwörung steckt. Angesichts einer Menschenjagd versuchen Beth und Zane zu entkommen, aber Zane opfert sich, um Beth zu ermöglichen, ihren Anwalt zu kontaktieren. Pavic, unnachgiebig in der Verfolgung, stellt Beth auf einem Gebäude. Sie beschuldigt ihn des Mordes an Kate und konfrontiert Pavic mit seinen Annäherungen, die von Kate abgewiesen wurden. In einem hitzigen Austausch stößt Beth versehentlich Pavic vom Dach, was zu seinem Tod führt. Später auf der Polizeistation entschuldigt sich Kovac für die falschen Anschuldigungen und enthüllt Pavics düstere Vergangenheit als korrupter Beamter, der seine Position für kriminelle Aktivitäten ausnutzte. Die wiederhergestellte Aufzeichnung enthüllt schließlich Pavics Rolle in Kates Mord und wirft Licht auf die verstörende Wahrheit hinter der Verschwörung. Beim Entwirren des Netzes der Täuschung erfährt Beth, dass Pavic, der nicht entlassen werden konnte, in die Touristenabteilung versetzt worden war. Ermittlungen in den Apartments der Escorts enthüllen ihren Einsatz von illegalen Substanzen, um Frauen zu betäuben und zu bestehlen. Beth wird für unschuldig erklärt und beim Verlassen des Gebäudes drückt sie Zane ihre Dankbarkeit aus und umarmt ihn für seine unschätzbare Hilfe. Zurück in London bleibt Beth über Textnachrichten mit Zane in Kontakt und löst die Verbindung zu Rob. Die gemeinsame Erziehung ihrer Tochter, abwechselnd kümmern sich Beth und Rob um Aster. Bei einer Abholung in Rob's Wohnung versucht er, sich zu versöhnen, aber Beth lehnt ab. Auf der Suche nach einem Ersatzschlüssel für das Auto schlägt Rob vor, in seiner Jacke nachzusehen, was zu einer schockierenden Entdeckung führt, einer Perle von der Halskette, die sie Kate geschenkt hatte. Die Bedeutung erkennend, heuchelt Beth Unwissenheit vor und entschuldigt sich, Kovac anzurufen. Als Rob nach ihr sieht, legt sie ihr Handy diskret weg. Beth tröstet Rob mit der Perle und überredet ihn, zuzugeben, dass er in der Nacht von Kates Tod nach Kroatien geflogen ist. Rob behauptet, Kates Tod sei ein Unfall gewesen, und gibt an, dass sie versehentlich ins Wasser gefallen sei. Er behauptet, Kate habe ihre Liebe gestanden, obwohl Beth die Wahrheit entdeckt. Rob und Kates Beziehung sei eine bedauerliche Affäre gewesen, und Rob habe sie seitdem gestockt. Als Kate beschloss, Beth die Wahrheit zu gestehen, eskalierte Rob's Wut in Gewalt, was zu ihrem tragischen Tod führte. Rob fläht Beth an, zu schweigen, und argumentiert, dass der Fall abgeschlossen ist. Unwissentlich hat Beth jedoch Kontakt zu Kovac gehalten, der das gesamte Geständnis hört. Rob, verzweifelt, Beth zum Schweigen zu bringen, versucht, ihr Handy zu greifen. Aber Beth kontert, schnappt sich Asta und macht eine kühne Flucht, als die Polizei eintrifft, um Rob zu verhaften. Hier endet der Film. www.zurenco.nl Untertitelung des ZDF, 2020